Hi, wir sind die Jungs von der Filmfabrik und wir spielen heute für Good One ein ganz besonderes Spiel. Wir kriegen nämlich Wörter vorgezeigt und wir müssen ja erraten oder wissen, ob es ein Pokémon ist oder ein Mittel zur Steigerung der Potenz. Oder beides. Denn Pikachu macht mich schon ziemlich elektrisierend. Genau. Maxartine, das macht geil. Das war kein Pokémon. Maxartine ist Potenzmittel. Hättest du da Zeilen schon? Ich glaube, es sind nicht nur die 150 Pokémon, oder? Doch, doch nur die ersten 150. Du bist die Dateilerin bei uns. Aha, ich kann es auch so. Was heißt Maxartine? Oh, dann ist das ja easy, Alter. Dann ist es ganz bestimmt kein Pokémon. Das ist ein Potenzmittel. Wüsste ich nicht, was für ein Pokémon es sein soll. Weil die 150 Pokémon, die kann ich im Schlaf aufziehen. Oder ist es irgendeine schöne Powerfrau von Pokémon gewesen? Nein, sicher nicht. Maxartine, verstärkt den Samenerguss um 500 Prozent? Was? Alter. Ernsthaft? Das gibt es? Das ist doch wie so ein Eimer voll nachher oder so. Man pinkelt Sperma, oder was? Nice. Ekelhaft. Muschers ist ein Wasser-Pokémon. Ist auch kein Pokémon. Muschers könnte dann Musch von Musch, Muschi... Ist das sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Gut, vertraue ich dir. Ist das ein Pokémon? Ja, das ist die Muschel. Ja. Die so die Zunge rausstreckt und so, ne? Nein, Muschi kann man... Also, wie gesagt, ich glaube, ein Pokémon gesuchtet. Ich wollte... Natürlich ist ein Pokémon, Mann! Nein! Na, klar! Ich kann mich nur an diese Klassischen erinnern, weil Grumanda, Shiggy... Du hast eine Klassische, die 150 ist Klassik pur! Ah, der sieht eher hässig aus. Ha! Oh, doch! Krass! Ich hab's vor zwei Tagen gefangen. Ich hatte mal Freunde, die waren so krank, die konnten dir... Du nennst die Zahl 36 und die konnten dir das 36. Pokémon nennen. Ja, früher! Aber jetzt doch nicht mehr. Venikon. Venikon? Das ist auch ein Potenzmittel. Hört sich auch so an, ja. Das ist kein Pokémon. Venikon, das müsste auch ein Potenzmittel sein. Auf jeden Fall. Das sagt mir nix. Was heißt eigentlich Veni, Veni, Vici oder wie das heißt? Weil Veni ist ja dann heißt das Gleiche dann. Ich kam, ich sah, ich siegte. Das ist auch kein Pokémon. Venikon, kann ich auch nicht. Veni heißt, ich komme. Ja gut, kommen. Also, der Mann muss kommen. Also, Venikon ist ein Potenzmittel. Und was macht es? Venikon für Frauen stimuliert die Lust. Es hilft dir in Stimmung zu kommen und dich zu entspannen. Also, ein kleines Extra lässt dich Venikon Sex in einer ganz anderen, intensiven Art erfahren. Gott, das hört sich an wie Drogen. Oh Gott! Also, LSD. Nidoran ist auch kein Pokémon. Natürlich ist Nidoran ein Pokémon. Welches Pokémon denn? Nidoran, Nidorido, Nido, bla bla bla. Nidoran ist ein Pokémon. Das ist nicht das mit dem Hornzeller? Äh, ja. Da ist doch die Reiternpfiffung Nidoqueen und Nidoking gibt es ja. Ach, das war doch auch eins der ersten, wo es männlich und weiblich gab. Boah, das könnte auch so ein Apotheken, so ein Hustensaft oder so. Das ist das kleines Nidoran. Das gibt es auch häufig bei Pokémon Go, oder? Nee, am häufigsten habe ich bis jetzt Taubsy. Ja, und der Ratze war es, genau. Und das war dieses Drecks-Pokémon, das man immer bekommen hat, wenn man in der Safari-Zone war, wo man halt, wie bei uns auch einen besonderen Pokémon wollte. Also, sag ich Pokémon. Ist doch sicher ein Potenzmittel. Ich glaube eher, es ist Pokémon, okay, dann sagt ich Potenzmittel. Boah, der hätte jetzt aber eher gedacht, dass er irgendwas mit Ratze war. Die sagt, es ist kein Pokémon. Ey, was hat sie gesagt? Ich habe Pokémon früher gesuchtet. Ja, früher. Ich habe Pokémon früher gesuchtet. Aber, ey, die 150 Pokémon. Ja, aber wie alt waren wir denn da? Die 150 Pokémon, die muss man kennen. Im Schlaf. Im Schlaf musst du das abrufen können. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr, Mann. Der Engeltier mit seiner Hackfresse. Chaneira ist ein Pokémon. Ist es nicht dieses Rosane mit dem Ei hier so im Beutel oder so? Wie ist das im Poké Center immer? Also, ich glaube, jetzt eher Potenzmittel, weil das sagt mir wieder nichts. Chaneira hört sich irgendwie so nach irgendwas Schönem an. Mit einer Superkraft oder so, finde ich. Ach so, das. Ja, das ist das mit diesen Dreadlocks. Genau das. Ja, ah, okay. Oh, voll die Süße. Wenn man es so nennen will. Ich finde es echt krass, wie gut ich das alles noch im Kopf habe. Die Schlechter haben echt voll einen Checkbox. Ja, wenigstens erkenne ich die jetzt alle, wenn ich die Nummer sehe. Potenzan. Das ist auch ein Potenzmittel. Ja, das ist, äh, Dings. Pokémon. Der sagt mir auch wieder was. Ich weiß auch, kann ich nicht mehr wie er aussieht. Was sagst du? Potenzan. Hier. Ganz klar. Potenzmittel als... Okay. Ey, ihr spricht nicht so miteinander. Wunderbar. Das erkennt man vor allem an dem Potenz, das da im Wort Potenz handelt. Nämlich Potenzan. Und man erkennt es daran, dass es kein Pokémon gibt, das Potenzan ist. Das ist wahrscheinlich die Falle, dass alle jetzt denken, es ist ein Potenzmittel, aber es ist ein Pokémon. Also wenn das jetzt ein Pokémon wäre, wäre das ein extrem eindeutiges Pokémon. Ey, hier geht es um Pokémon oder Potenzmittel und da steht schon Potenzan. Potenzmittel, ganz klar. Und das schützt die sexuelle Leistungsfähigkeit, stärkere, länger anhaltende und deutlich verbesserte Erektion. Und 100% natürliche Power. Kräutermischung, Kräutermischung. Wow, das will ich nicht nehmen. Aber es klingt aber schon so ein bisschen verdächtig nach Droge oder so, so Kräutermischung. Ohne Nebenwirkungen. Geil. Ich bin als Kind mal in einen Topf davon gefallen. Und hat keine Weiterentwicklung. Verratet uns doch mal, welche potenzsteigernden Mittel benutzt ihr und welche gebt ihr eurem Pokémon in Pokémon Go und welche sind eure Lieblingspok- ich schreib irgendwas. Macht's gut. What the fuck? Das ist wie zwischen Krebs und Aids zu wählen, aber ich würde tatsächlich den Fußnagel nehmen. Aids.